Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir die neue Aktion Unheilvoller Pfad, beziehungsweise den dazugehörigen gleichnamigen Weltauftrag. Ich weiß nicht, ob ihr mit der Aktion dem Video schon anfangt, darauf an wie lange der Weltauftrag dauert. Könnte tatsächlich sein, dass wir damit nicht anfangen, weil der Weltauftrag gibt nämlich 500 Abenteuer EP und das heißt, er wird wahrscheinlich relativ lange dauern. Gibt es in den unteren Ebenen der großen Kluft? Du und Paimon sind besorgt über die Situation in der großen Kluft und beschließen, das Gebiet zu untersuchen, nur um dort auf jemand völlig Unerwartetes zu treffen. Janfei. Hey, schau, da ist jemand oben da! Oh, Traveller in Paimon? Ich erwartet nicht, dass du hier zwei hier sehen kannst. Janfei? Janfei? Kann es sein, dass du bewusst gegen das Gesetz verschossen hast? Nein, nein, das ist nicht so. Schau, es ist ziemlich eine lange Geschichte. Sophie, bitte, einfach für mich. Ich sehe dich später. Ach komm, Janfei ist Rechtsberaterin. Palmon, du bist so kompliziert und doch so naiv. Oh, hey, du bist da! Ja, du bist! Ah, jemand kommt! Aber der Sprache klingt ziemlich familiar. Ah, es sind Sie auch. Es ist Ito. Ich muss sagen, Sie zwei sehen ziemlich gut. Hast du dich schon seitdem? Weil ich das toll gemacht habe. Äh, Ito? Wer ist da hinter dir? Hey, ich bin mit der Aratake Gang. Kuki Shinobu. Schön, dich zu treffen. Ich bin mit dir. Oh, all right. Ich weiß, dass sie zurück ist. Ich bin mit dem Shinobu. Die Verteidigung der Aratake Gang. Oh, einer andere Mitglied der Aratake Gang! Ich sage mal, sie ist best und closest foraals. Also, of course, sie ist in der Gang. Shinobu nimmt praktisch alles zur Aratake Gang. Sie können dich auch beschreiben. Sie ist auch ein Freund von mir. Ein Freund des Bosses ist ein Freund von meinem. Du musst sein das Traveler in Paimon. Oh, schön, dich kennst du denn, Shinobu. Pfff, are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Tevat, there is only one boss Ahanamizaka's legendary Arataki gang. A me. Okay, Paimon gets the dynamic now, a useless boss with an ultra-capable subordinate. Hey, you... You know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki gang. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. Anyway, have you seen a pink-haired legal, uh, mage lady? Wears a goofy hat, knows everything, kinda short. Uh-oh. Her name's Yenfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. Uh-uh-uh. Aw, look at you getting all antsy. Ha! Seems I was able to get to the truth after all. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. Anyway, don't worry. I assure you, we don't have any ill intentions. So, uh, you guys know Yenfei? Well, she, uh, kinda saved my life, so... Yeah. You could say we've met. She saved your life? Wait, hold on, what are you two doing in the chasm anyway? You know that the Sakoku decree has been lifted recently in Inazuma, right? Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. Graduation certificate? Did you study in Liyue? Yes. I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yenfei happened to be walking past and helped us out. Yep. If it wasn't for her, our trip to Liyue would have ended with me and the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude. But she said she didn't need my help with anything. I thought there was a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. Listen, Granny said that a man must learn to be grateful. And I'm gonna help this legal advisor lady, no matter what it takes. That's nice and all, but what if she really doesn't need your help? You're joking, right? I mean, that's not possible. Of course, she needs my help. Ahem, Traveler. Don't we? Could this bedeuten, that Yenfei Yenfei is just in this direction. Ah, great, thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. Oh. To you. Ito's coming to your rescue. I don't know why I need to go. Until next time. Uh, Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her like that. Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance, so she's trying to stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow, she really knows how to call the shots. Well, at least this way nobody will be bothering Yanfei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. Hmm, all right, now let's go take a look at the crash site from last time. Und es beginnt. Geh tiefer in die große Kluft. So, wir müssen einfach nur hier runter in die Mitte des Raums anscheinend. Das sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Zu... Yanfei. Look, Yanfei ist hier, too! Hey, Yanfei! We sent away the people that were following you. Oh, good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally I don't mind making friends, but I've got work to do today. Oh? So what kind of work are you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer, too. Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. Uh, a will? That's right. I found a will inside an old book. I'm guessing it was left by someone of great importance. It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. Paimon didn't know legal advisors have to deal with that kind of thing. Huh, what a job. Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you want. Oh? So you do know what kind of place this is? Eh! Who's that? Ah, I thought I might find you here. Uh, who is she? This is Yelan. Liu is, uh... Well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. I can at least say that much, right? Anyway, she's a friend of mine. Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems Chance has brought us all together. You may not know me, Traveller in Paimon, but I've certainly heard about you. You're all here on business, and it's my job to monitor the chasm. According to regulations, I should accompany you. But, as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time. You may go about your business. Just try not to make a ruckus. Oh, that's most unfortunate. I was about to ask for your assistance. Could you spare a little time to help me take care of this will? For old times' sake? Hmm, I don't know. Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madam Ping gave me some nice tea. I'll treat you to a cup if you agree. Why don't you tell me a little more about how you got here first? Then I'll... Hey, you! Uh, Ito? What is he doing back here? I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? Well, and I thought we were buds. Denn auf dieser Seite steht auch eine Freundin von mir. That's close enough. Hä? Who are you? Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. Are you kidding me? I don't see any warning signs or fences. What gives you the right to keep me out? Pfft. Kid. Where there's real danger, you'll never see a warning sign. Uh, Paima never knew this place was so important. It's true. This is not a place you can just go in and out of as you wish. That's also why I didn't want anyone to follow me. Unfortunately, you didn't listen. The Traveler has done a lot for Liyue in the past. And Yanfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two... Hey, what's that supposed to mean? You're trying to say that I'm not famous enough and my intentions are no good? I don't know your background, so I can't give you free passage here. Besides, Yanfei doesn't seem to need your help, does she? Ha! How would you know what Yanfei needs? What, are you two joined at the hip or something? Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local, when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. Oh! Why, you! Please, try not to be so impulsive. She is right, you know. Uh-oh. Things are starting to get a little heated here. Oh, not good. You really shouldn't start butting heads with Yelon. It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place. So we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. Thanks for the suggestion. Oh, considerate. Oh yeah? And what if we don't leave, hmm? Boss! Then, I'm afraid things might get... unpleasant. Is that so? You really think you can take the two of us? Wow. Gotta admit, I like your optimism. Although you're friends with the Traveler and Yenfei, I'd still suggest you heed my warning. Ha! Thanks for that, but, uh, too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? Hold on, boss. There's no need to start a fight here. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. You think I was joking around, huh? Oh no, these two are about to go at it. Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me the embarrassment and just... Huh? Die Erde fängt an zu beben, bestimmt die Ruinschlange. Oh, it's a... Hey, stop trying to change the subject. I'm gonna... Oh, uh... Huh? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, what happened? Oh, oh, hey, are you all right? Me geht's gut. Oh, oh, oh. Ich habe meine Bücher unter mir, um die Fall zu verletzten, nicht so helfen. Dieser Ort... Wo sind wir? Ich fühle mich das in der Morgen. Hey, Shinobu, Traveller, und mein Saviour. Jeder ist okay? Das ist ein schreckliches Moment. Hey, also... Wie weit runter sind wir? Hm... Es scheint, das Boden zu verletzten, während unsere kleine Konfrontation da oben. Vielleicht weil wir die Elemental-Förschen... Oh, nicht auf mich. Wenn du nicht so wunderschön bist, vielleicht hätte ich nicht erschrocken. Wer kann mit diesem Kind? Es ist meine Aufgabe, um die Intrudern zu verletzten, zu verletzten. Wenn die Wahrheit zu sagen, dann bin ich sicher, dass du ein bisschen zu schrecklich bist. Hey, Leben ist zu kurz, um die ganze Zeit zu geben. Ich bin sicher, dass du nicht gewinnen. Boss, ich bin sicher, dass du nicht gewinnen. Ich wünsche, dass wir sie nicht verletzten. Hey, whose Seite bist du hier? Ich bin einfach nur die Fälle. Ich verstehe, wie du fühlst. Ich weiß nicht, aber du machst mein Leben schwierig, wenn du random Fortschritte mit allen anfangen hast. He, sieht aus wie Ito kann nicht gegen Jelan oder Shinobu. Er ist jetzt in einem wirklich schweren Platz. Hey, was meinst du? Was meinst du? Ich bin nicht vergleichbar Paimon mit Ito. Woah, woah, was meinst du? Du willst auch für eine Fortschritte? Paimon war einfach so wie es ist. Jeder weiß, dass du ein bisschen ein Idiot bist. Oh, ja? Du bist ein... ...punier, kleinen, fliegelen Lavendermelon, ha! Fliegelen Lavendermelon? Oh, das ist es! Paimon ist dumm! Zeit, um dir einen übrigen Nachnamen zu geben! Bullchucker! Du hast besser deine Beine, Bullchucker! Sie hat ihn halt schon dumm genannt, das war schon eine Beleidigung. Es ist unmöglich, was da oben passiert. Es ist unmöglich, dass wir so weit zurückkommen können. Wir brauchen einen anderen Weg. Entschuldigung, dass du ein schönes Gespräch hier verletzt hast, aber ich denke, dass du etwas musst, was du wissen kannst. Der Schalm ist als eine mysteriöse Area in Liyue. Es wurde seit Jahren verletzt, wegen einem Mining-Akzident. Alles, was hier passiert, ich sage dir, dass du das hier verletzt hast. Du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen, du hast nichts gehört, und du hast keine Fragen. Du hast nichts verletzt, was du nicht wissen kannst. Ich werde dich nicht als Hostelsen verletzt. Und in exchange... Ich hoffe, dass du nicht die Dinge schwierig hast, wenn es zu behaupten, zu behaupten. Ich mache das, was ich kann, um ein Weg zu finden. Was glaube ich, dass du nicht zu behaupten hast. Welche, woher sie denkt, dass sie geht? Wie sie sagte, um ein Geheil zu suchen. Die Chance sind, dass Yelon die beste uns am besten in der Überlebentwung und überlegenen Aufmerksamkeit ist. Wir sollten einfach nur sie wegnehmen. Ich schaffe mich, dass ich mich nicht entsprich. Ich bin eigentlich nicht so, dass ich die Wahrheit nicht sagen kann, weil ich die Wahrheit nicht sagen kann. Ich bin sorry. Ich kam zum Chasm in der Suche der Fantastik-Kompass, die in der Suche erwähnt wurde. Viele Jahre lang, mein Klient gab dieses Magical-Device an jemanden, wundervollend, dass es handelt in Zeiten des Neues. Ich bin sicher, dass es die Wahrheit in der Suche erwähnt wurde. In der Geschichte, viele Krieger wurden in der vicinity des Chasm. Selbst wenn diese Person sterben in einer der Kriege, ich will immer noch meinen Lieblings-Device finden und erfüllen die Klienter wünschen. Jelon's Worte der Worte waren nicht unverantwortlich. Es gibt gefährliche Gefahr in der Chasm. Ich bin sicher, dass alle das jetzt alle wissen. Ich bin sicher, dass wir alle in der Kriege sind. Wir versuchen, einen Weg zusammen zu finden. Whatever du sagst, mein Saviur. Ich mache was, was du sagst. Von jetzt auf, wir sind ein Team. All of uns. Und als für den großen Verrück, ich glaube, das hat auch sie gehört. Du sagst, Jelon arbeitet für die Ministerien des Ziviles, oder? Baiman kann sagen, dass sie größer ist, aber... Wow! Sie ist eine Arbeit zu spätig. Das ist das, was sie sagen, die Outsiders zu sagen. Ich kann nicht zu viel über ihre Identität zu erklären, aber ich würde sagen, dass sie die einzige Person, die diese Art von Arbeit kann. Das ist das, was sie sagen. Was für ein langes Job würde jemanden rausgehen, in den Mitteln von keinem. Oh, Paiman weiß! Ein Adventurer! Hey! Was ist mit dem Gesicht? Oh, hat Paiman gesagt etwas falsch? Das ist das, was die zwei von uns tun, nicht wahr? Der Abendhörer bin ich, nicht Paiman. Oh, du bist so stengig diese Tage! Oh, lass Paiman einfach ein Adventurer bei Assoziation sein, okay? Ja, sie hat einen Punkt, Traveller. Du bist Paimons Boss. Geh das von mir. Als großer Leiter, solltest du lernen, dass du etwas mehr generös sein sollst. Du weißt, lass deinen... ...Sidekick etwas von der Glut. Ugh! Du verstehst wirklich nichts über uns. Paiman, nicht ihn zu sehr ernsthaft. Er ist einfach schrecklich. Ugh! Für die Säke von Shinobu, okay. Hm. Ich bin der Boss, also ich lasse es. Hm. Vielleicht war es eine andere Beziehung, aber eine unendokumente. Was könnte hier sein? Ich habe ein bisschen Essen und Wasser auf mich. Wenn jemand etwas braucht, lass mich wissen. Oh! You know, Bullchecker, you may not be the sharpest tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable. Haha, I know. Isn't she the best? Hey! I am too a sharp tool. There seems to be an entrance up ahead with a path inside. Wonder where it leads to. Well, let's go take a look. Wow! Das erste bisschen Gameplay seit, keine Ahnung, 20 Minuten gefühlt. Hat mich jetzt schon fast dran gewöhnt, hier einen kleinen Film zu gucken, sozusagen. Who would have guessed we find a domain entrance in a place like this? If there's a way in, then there's a way out. Let's go and take a look. The rocks here seem to be old, Leila mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. What's that sound? Conqueror of demons? What are you doing here? Huh? Oh, uh, I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. So you're now here by accident. Hm. Wanna team up? No, I have something else to do. I'm looking for someone. You shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. Well, that's show for ya. Shows up without a warning and disappears without a trace. Huh. That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. Seriously, Bullchucker? Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? Oh, he wouldn't listen no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough though, so don't worry about him. Everyone, keep your eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead, so we have to be ready for anything. Oh, look. I'm happy to say we're all on the same team and everything, but, uh, could you cut the little speeches and the whole, follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. Boss! Ugh, okay, okay. Besides, Yeelon is just looking out for everyone. You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Ha! Please, you're not a local either, flying lavender melon, so stop trying to sound like one. Okay, that's the first part. Puh, that's been a long time. I think I'm going to cut it because I hate these 1,5-hour videos. Und ich habe auch ehrlich gesagt voll vergessen, dass es ein Archonten-Auftrag ist. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, wir machen einen Weltauftrag. Wahrscheinlich, weil hier auch ein Weltauftrag neu dazugekommen ist, den wir aber noch gar nicht machen. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle und, ähm, ja, werden wahrscheinlich dann noch zwei, drei Teile werden, schätze ich mal. Äh, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, mit mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder, wenn wir weitermachen mit dem Archonten-Auftrag Unheil vor der Pfad. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.